Ich will jetzt da rein, ich will jetzt wissen, was da drin ist. Ey, ich kann ja nicht abschießen, was ist das denn? Ich weiß nicht, wie schlau das ist, jetzt hier runter zu springen, aber... Wieso kann ich das, äh? Ja, genau, jetzt hat's geklappt, wahrscheinlich, oder? Oh, Leute, können wir uns jetzt hier wieder kurz durchjumpen? Oh, nee, das ist hochbehindert. Was, wir dürfen gar nicht runter, sonst können wir das gar nicht aufmachen. Hä, wieso geht das denn auch nicht auf? Was ist das denn? Es geht einfach nicht. So, warte, ich geh jetzt nicht drauf hier. Bam, Junge. Okay, schau mal, muss ich es aber wirklich von da oben abschießen. Aber das wird noch schwieriger als gedacht, weil es ja einfach zum Teil nicht zählt. Aber das wird zum Beispiel wieder getroffen, das hat nicht gezählt. Wieso? Ich verstehe es nicht. Das hat auch nicht gezählt. Ah, finally, Alter. Okay, wo sind wir jetzt? Wie hoch ist eigentlich dieser Tempel? Das ist ja unnormal. Okay, hier kann man rausgucken. Alter, das ist ja unnormal. Wieso sage ich jetzt so viel unnormal? Wieso kann ich die nicht aufnehmen? Ah. Okay, wieso liegt hier noch einer rum? Ich nehme den mal mit. Ich glaube, den werden wir noch gebrauchen. Oh, Leute, Katzin. Oh, Leute. Was ist das denn, denke ich? Oh, oh. Nicht im Einsatz? Okay, was ist das für ein Ballon, Junge? Okay, interesting. Oh, lol. Keine Ahnung, was das hier alles ist. Was ist das? Keine Ahnung, was das ist, Alter. Okay, wir müssen noch ganz oben finden. Das heißt, wir müssen... Ja, hier drüben hin. Wie kommen wir hier drüben hin, ist die Frage. Achso, einfach hier runter, lol. Okay, wir müssen hier drüben hoch. Aber hier ist eine Tür zu. Wie können wir die aufmachen? Stimmt, warte mal, wir haben ja jetzt auch dieses Ei, oder? Können wir mit dem vielleicht etwas machen? Wir haben gar keinen Ei. Warte, wir müssen jetzt hier irgendeine Kombination wahrscheinlich rausfinden, um diese Tür zu öffnen. Das kann ja nur Jahre dauern. Hier zeigt es mir irgendwas an. Hä? Was sollen wir das sagen? Drei, fünf, eins, zwei. Ich bin so verwirrt, Alter. Was muss ich denn machen, Alter? Oh, Leute, ich habe sie rausgefunden. Guck mal. Da unten ist die Eins. Und jetzt, guck mal. Da hier, an der Wand, ist das. Und die haben auch verschiedene Zahlen. Das hier ist nämlich die Eins. Das heißt, ach so, warte mal. Wo kommt die hin? Da müssen wir halt das andere noch herausfinden. Aber das können wir einfach entweder schätzen oder herausfinden. Einfach durchs Ausprobieren. Okay. Das erste passt. Es gibt hier zum Beispiel auch noch das Meer. Das ist ja hier hinten. Das zwei, glaube ich. Genau. Das zwei. Das hier ist das Meer. Okay, dann, Alter, läuft doch jetzt. Mein Gott. Meine W-Tast, Junge. Ich hasse gleich so aus. Guck. Ich drücke sie. Okay, jetzt geht's natürlich. Okay, die zwei. Du kommst und kommst hier rein. Hallo? Oh, ich. Die, wie man da überhaupt drauf kommen sollte. Okay, die Berge sind, glaube ich, fünf. Oder die drei nicht. Ich glaube, ja, die drei, oder? Welches ist die drei? Das ist die fünf. Ja, okay. Sonst können wir das tauschen. Das andere ist hier Obis. Oh. Okay. Weil es auch du kommst hier. Ja. Alter, ich bin einfach der Master, was Rätsel angeht. Alter. Willst du mich verarschen? Naja, ich bin sogar wörter, das muss ich hier machen. Achso, ich muss hier auch wieder die Türen hier aufklicken. Die Frage ist, in welches Ding muss ich die Dings reinstecken hier halt. Oh, vielleicht habe ich jetzt überall einmal reingesteckt. Das hat nicht geklappt. Okay, warte mal. Können wir hier vielleicht irgendwo wieder irgendwas sehen? Ach, hier oben? Noll. Alter, es ist kompliziert, Junge. Ich weiß gar nicht, was das heißt richtig, aber egal. Es ist trotzdem so. Kompliziert. Kompliziert. Okay, da ist schon einer drin. Vorne in der Mitte ist noch keiner. Tja, das ist so. Es ist cool, ne? Aber man muss zum Teil auch erstmal drauf kommen. Okay, es muss einfach noch hier einer rein. Alter Scheiße, ey. Junge, es wird immer schlimmer. Was kommt jetzt? Aber wir sind, glaube ich, fast oben. Hold R to deploy your Specklas. This will show you extra information about objects around you. Und Amams Karte. Englisch und Leute einfach vermisst. Was ist das? Okay, kann ich jetzt irgendwas sehen? Oh Gott, jetzt ist hier noch mehr. Ja, die question ist jetzt natürlich. Wo muss das rein? Ah, hier oben ist wieder ein Zeichen Zeugs. Oh ne, lol. Nein, ich bin so weit runtergefallen. Mit dem Glück muss ich die Rätsel nicht nochmal machen. Das hätte mich ein bisschen ungekackt. Okay, aber Leute, wir gehen jetzt hier hoch. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo. Wir werden das Ganze in der nächsten Folge fertig spielen. Also hoffe ich mal. Ja, bis dahin. Ja, wie gesagt, lasst ein Like und ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Und das war es mit dieser Folge. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.